Copperbottom wuchs weit weg von der Stadt auf. Hier bin ich nie zu was. Ich gehe nach Robot City, noch heute. Rede mit ihm! Robot City? Du bist doch ein Kind! Aber er hörte nie auf zu träumen, dass ihr zu etwas Großem bestimmt war. Was? Perfekt! Das macht 40 Mäuse. Ja, ich liebe es, liebe es, liebe es! Aber ich will keine Fotos! Macht nix, ist sowieso kein Film drin. Willst du ein Stapler mit den Äußer der Stars? Wo ist er hin? Von den Schöpfern von Ice Age. Wir haben den Kopf zwischen die Knie. Ja! Und hier hätte ich rausgemusst. Früher war es viel schlimmer. Da gab es hier diesen riesigen Hammer. Oh, es gibt ihn wieder. Tante Fanny! Man sieht sich. Entdecken Sie aus welchem Material wahre Helden gemacht sind. Wer sind denn diese Versager? Mein Herr! Ich bin eine Frau! Autsch! Robots! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ups!